Ego wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Rathmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Nerelle. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen, als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Es lag an uns, das herauszufinden.